Hier sehen Sie dann jetzt Hunde, die im Alter zwischen 15 und 14 Monaten alt sind. Wie Sie unschwer erkennen können, haben dies bei den Frauen alles erlaubt und alles möglich. Der Continental Bulldog wurde durch die Rasse Gründerinnen in der Erdbeeren ins Leben getroffen in Zusammenarbeit mit der schwarzer chronologischen Gesellschaft. Das Ziel ist, einen gesundenarrieren, sportlichen kleinen Bulldog zu bekommen, der ein klassischer Familienhund ist und alle Vorzüge eines Bulldogs mit sich vereint. Wie Sie sehen haben, die Hunde alle eine gesunde, lange Rute, was ein neuerliches Zuchtziel ist. Bei den Farben, wie Sie gesagt, sind alle Farben erlaubt außer Blau. Der Continental Bulldog liegt bei den Hunden in der Größe von 44 bis 46 Zentimetern plus minus 2 Zentimetern und bei den Hunden in zwischen 40 und 44 Zentimetern. Also wie Sie sehen, ist es da das Ziel, einen kleineren Bulldog zu bekommen. So, wenn wir dann vielleicht einfach mal stehen bleiben und ich kann dann die einzelnen Hunde entsprechend vorstellen und ein bisschen was zu unseren Hunden sagen, damit wir dann auch sehen, was wir hier sind. So, wir fahren an mit der kleinen Deli. Die kommt aus dem Kenner Necklenburgs. Danke, wenn du gerade für die Bitte kommst. Der Kenner Necklenburgs, den Urbiden, darf ich schon sagen, Necklenburg-Vorpommern. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Zustand, der auch hier vor Ort ist. Die kleine Deli ist jetzt knapp 14 Monate alt, lebt zusammen mit einer Böden in einem Bödel, in einem Bödel, hat dieses Jahr, letztes Jahr, auf der Workshop-Schule ordentlich abgestaubt und ist vom Praktischen her das, was man sich unter einer kontinentalen Bulldog-Vorpommern in diesem Alter durchaus vorstellt. Deli hat eine besondere Leidenschaft, dass es einmal spielen mit der Macher, wenn es geht, und die zweite Leidenschaft ist fressen. Und das ist gut an unserem Bulldog-Vorpommern, dass man gut mit Stil und auch eben mit Leganis zu erziehen. Und die Heike zeigt uns was Kleines. Sie haben hier zum Beispiel agile Bulldog, das heißt, man empfiehlt natürlich auch entsprechend mit den Hunden zu arbeiten. Und die Suche einer Hundeschule ist für uns egal, wie ein der Hund ist. Einfach wichtig in Voraussetzung, der Hund wird gut sozialisiert. Der Hund wird durch so kleine Sprünfe in den Taten ausgelastet. Geschäfte für die Wesen, die mit dem Verhaltung in der Hunde geht. Ein kleines Vorteil bei der Delia sieht man sehr schön, was ebenfalls gewünscht ist. Sind bunke, runde Augen, ein deutlicher Stoff seit drei Jahren, weil es ist der Hund. Diese Sprecken haben wir auch bei etwas andeutschen verspunden, kein Problem. Dankeschön, mein Knall. So, dann kommt jetzt FF-Docs von Duh. Andu ist einer unserer Unruhe, wir haben die Voraussetzung mit verschiedenen Geschwistern am Start. Andu war gestern zum Beispiel zum ersten Mal bei der Abfahrt aus dem Oberhausen und hat ein bisschen das Blanche probiert. Hat seinen eigenen Erfählung, wie man sieht, ist das schon fleißig mit Fäulchen. Ab dem Frühjahr geht es los in Sachen Doppdänzen. Wie man sieht, erst mit sechs Monaten ist der Hund noch etwas schacksig. Er wird noch von der Höhe her, weil er das jetzt eigentlich so bleibt. Die Bulldog-Schule sind eigentlich immer erst so mit 18 bis 20 Monaten. Das, was man sagt, jetzt haben wir den Fühlen im Bulldog. Das sehen Sie nachher ganz gut, wenn ich Ihnen die älteren Hunde vorstelle. Das bleibt ja nachvollziehen. Jetzt haben wir allein den Bruder von Doppdun. Das war nicht gut. Dann haben Sie wieder den Namen vergessen. Das ist Pino. Das ist Pino. Pino ist auch laut seinen Besitzern, den Bruder von Doppdun, sechs Meter alt. Laut seinen Besitzern, das war es von sie. Ein freundlicher, junger Hund, an allem interessiert, ist für sein Leben der Mann. Das heißt, dass man sich auch natürlich durch das Feste hat von der Zuhörer. Bei den Hunden muss man halt auch gucken. Also jetzt gerade in dem Alter, es ist wichtig, dass er mitbeauft wird. Dass der Hund bei ihm schaut, dass der Hund interessiert ist an ihm. Und dass er also weiß, wo er hinbeauft wird, um später dann entspannt mit der Erziehung zu werden. Aber auch da sieht man das positives Ding. Wie im Effekt auch, Sie sehen, die Hunde sind ruhig. Erfüllte eigentlich, dass natürlich hier eine ganz jure Hunde sind, die im Frieden stehen. Aber belastet in der ganzen Welt. Ich dachte, da furcht. So, jetzt kommt die Kerstin Keller, die Kerstin ist mit der Zugekleidung. Neben CBCD, Kerstin hat einen eigenen Kettel, das ist ein Kellergeister und hat eine ihrer Nachzuchung dabei. Klara Himmel, ein wunderschöner Name, der zu diesem kleinen Mädchen ja auch passt. Klara ist ein jüngster Händling. Und Klara, das war das, was sie mit Bindung meint. Sie schauen jetzt schon sehr stark an ihren Brauchern. Sie stehen eigentlich schon in der perfekten Schaubhüse. Weiß, wie sie hingehört. Und wenn sie dann halt eben an der Leine stehen, ist das Wichtigste, dann eben das Mittelpunkt, ist ihr Brauchchen. So bekommt sie, egal ob es ein Bulldog ist oder auch einen anderen Hund, am besten dazu. Vielen Dank, ganz schön dafür. Erstens sagt auch, jetzt gerade in der ersten Zeit, ist das Wichtigste, dass der Hund einfach kommt, wenn sie ihn ruft. Wenn man dann später anfängt, mit verschiedenen Grundstückchen, ist das alles gut. Aber nochmal eine Klingung, wenn man den Hund schauen kann, dann hat er das Gefühl, wenn er ihren Hund. Jetzt kommt zum Beispiel ein Alphode-Answerg da rein und dann wird schnell nachher meine ganze Familie vor. Das ist FFDX. OJ, OJ wird jetzt am 14.02. ein Jahr alt, ist das erste Hunter-Model, also Continental-Möde. Und also von der Firma Hunter, der Modellin wird im Katalog abgebildet. OJ ist vom Gesamt, von der Statur her, ein wunderschöner Lungenbüde. Wenn man deutlich sehen kann, passt es vom Gewicht, von der Größe, das Verhältnis passt, der Kopf ist ja schön, groß und stark. Sie sehen an den Hunden hier auch, was zum Kopf zu sagen ist, sowohl Hosen als auch Klappenwohnen sind erlaubt. Und da gibt es also beide Varianten. OJ hat das Glück, dass er als Stammitaliener jedes Mal sein eigenes Linderfilet bekommt. Und er weiß, wie es bei Hosenpunkt entspricht. Ich dachte, das war gerade nicht. Jetzt haben wir Mecklenwurz-Fay, die junge Dame. Unsere Faye bin eben im Haushalt mit einem Erwachsenen, also nicht mehr, auch mit einem Jungenbüde, mit einem etwas älteren kleinen Gudel. Kommt auch von uns, wegen Mecklenwurz aus Mecklen von Vorkommern. Auch der Züchter ist heute hier vor Ort und Sie können gerne Fragen stellen. Und auch wie Sie hier sehen, ein bürgeres junges Mädchen. Er ist goldgeschirmt, eine schöne Farbe und ein kleines Sput. Wir haben alle einen leichten Vorbiss, der erlaubt ist, bis maximal zwei Zentimeter. Und David, stark und nachdem. So, jetzt kommt auch noch mal ein Bruder zu kleinen Clara Lippel. Das ist der Cash, also Coolman vom Kellergeist. Da lassen sich die Geschwister nun wirklich nicht verleugnen. Sie werden sich wundern, dass die Hunde zum Teil vom Prenotyp, sprich vom Äußeren, doch recht unterschiedlich sind. Das ist bei so einer jungen Rasse absolut normal und auch logisch. Wir haben verschiedene Linien aufgebaut, was auch Voraussetzung ist, um überhaupt die vorläufige FCI-Anerkennung anzustreben. Der jungen Rasse ist, wie gesagt, in der Schweiz national anerkannt. Und wir sind beim VDA hier in Deutschland auf den besten Weg auf die nationale Anerkennungsgruppe gekommen. So, Cash ist auch, wie Clara, was wir erst legen können, ne? Über Future geht da so einiges. Und er hat geschaut, sehr schön, dass sein Paulchen hat gut angesetzte Klappboren. Wie gesagt, auch eine gesunde, gute. Steht wunderbar da, der junge Mann. Einfach frei, nicht da noch mal ich. So, das waren wir zur Junioren. Achso, gar nicht wahr, ich habe doch zwei in Schuljungen. Jetzt hätte ich euch mal vergessen. Da ist mir mal ein P. Eine Schwesterchen und Mädchen aus dem P. Das ist die Priscilla. Priscilla lebt auch mit einem ausgewachsenen Hüden zusammen im Haushalt und hat den schon ganz gut im Griff. Also die zwei Sies, also die lebhaftere in dieser ganzen Geschichte her. Ein vorwitziges kleines Mädchen, die deutlich Spaß am Spiel hat und genauso an ihrem Härchen hängt, wie eben auch der Herr ist nachher, der dann vorbeikommt. Nehmt sich dann mal an, wenn der witzigerweise nicht wechselt. Also wie Sie sehen, da entwickeln sich die Herrchen und Bräuche gerne mal zum Futterautomaten, aber da dann wieder aufpassen, dass das nachher nicht ausratet. Manche wollen ja sparen nicht gut, doch da ist das Kind von der Chemie, der so schon der Weg kommt, wenn wir hier stehen bleiben. Ich stehe mir da vor. So, nochmal jemand aus dem P. Nehmt mit einer, das ist der, das ist der, das ist der P. Das ist der P. Das ist der P. Also das ist der Nebeneffekt, den wir sehr oft bemerken. Wir sagen immer, der Conti macht süchtig, wenn man einen hat, wenn man da schnell noch einen zweiten hat. Deswegen haben wir so ganz viele Mehrwunderhalter hier im Format, wo man schwer drehen kann. Auch hier wird es schon mit der kleinen Hübung, was sehr wichtig ist, Aufmerksamkeit. Oh, 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 oh. Ganz vielen Dank. Ja dann. Und der war. Also ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei unseren Leuten mit den jungen Hunden, die man sehen hat, dafür, dass wir hier so junge Hüfe entwickeln. Haben Sie das ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank. Und jetzt holen wir mal die Erwachsenen rein. Damit Sie dann nochmal ein kurzes Blick kriegen, wie dann eben der Continental-Bulldog aussieht, wenn er denn nochmal zweitens wird.